Ihre neuen Kurven machen Jelis zu schaffen. Das Baby wächst und wächst, und Mamas Bauch auch. Seitdem Jelis K.O.C. 27 schwanger ist, hält sie ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Selbst über ihr Gewicht spricht sie ganz offen und ehrlich. Während zu Beginn ihrer Schwangerschaft zunächst sogar die Pfunde purzelten, die ehemalige Bachelor-Kandidatin litt an einer schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit, nimmt sie nun stetig zu. Wie viel die Waage mittlerweile mehr anzeigt und warum ihr das etwas zu schaffen macht, verriet sie jetzt ihren Fans. Jelis erklärt, ich merke es überall, als Jelis vor kurzem ein Q&A in ihrer Instagram-Story startete, ließ die Frage nach einem Kilo-Update natürlich nicht lange auf sich warten. Anstatt diesem Thema, das für viele Frauen eher unangenehm ist, auszuweichen, ging die werdende Mama ehrlich darauf ein. Sie habe bereits fast 16 Kilo zugenommen und wiege momentan 71,5 Kilo. Ich merke es überall, ich habe sonst in Klamotten in XS und in 34er Hosen gepasst. Jetzt brauche ich überall M und L, erklärte die Freundin von Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht, 29, den Followern. Sie freut sich auf ihr Mädchen. Jelis und Jimmy gehen schon seit Anfang an ganz offen mit dem Thema Schwangerschaft um. So erzählte das Paar seinen Fans sogar ziemlich früh von dem Baby. Auch um das Geschlecht machten sie nicht lange ein Geheimnis. Die zwei TV-Stars erwarten ein Mädchen. Nur ein Detail bleibt bis zur Geburt wahrscheinlich top secret. Der Vorname der Kleinen.